La la la, Zeit für eine Dusche. Ich muss es schon wieder waschen. Na gut, dann mach ich das halt. Ah, kalt. Ich werd mein Lieblings-Shampoo nutzen. Huch, das ist ein bisschen zu viel. Aber okay. Kurze Haare sind leicht zu pflegen. Ein winziger Tropfen-Shampoo reicht Chloe aus, um ihre Haare vollständig zu waschen. Und in kürzester Zeit hat sie's auch geschafft. Ah, ich liebe dieses Shampoo. Bei langen Haaren ist alles ein bisschen komplizierter. Schau nur, wie viel Shampoo sie benutzt. Ah, das ist nicht genug. Ich brauch mehr Shampoo. Okay, das sollte reichen. Lange Haare brauchen eine Menge Shampoo und unglaublich viel Zeit. Harper hat so lange in der Dusche gebraucht, dass sie eingeschlafen ist. Ah, Schönheit ist harte Arbeit. Yay, ich bin so aufgeregt. Ich auch. Die Mädchen sind in einem Friseursalon. Sieh dir nur Chloe an. Was für eine schöne Frisur sie hat. Hä? Ich seh keinen Unterschied. Haben sie die Enden abgeschnitten? Ich bin so glücklich. Hier ist deine Rechnung. Danke. Was? 5000 Dollar? Deine Rechnung. Oh, 50 Dollar? Das ist doch gar nichts. Chloe, du hast eine Menge bezahlt. Das tut mir leid. Ich hab dir die falsche Rechnung gegeben. Hier, bitte sehr. Hä? Was? Oh, es sind nur 50 Dollar. Was für eine Errechterung. Wofür bezahle ich eigentlich? Meine Frisur hat sich nicht verändert. Das ist nicht fair. Fair oder nicht? Du musst bezahlen, Harper. Was? Das ist nicht genug. Gib mir mehr. Nein, mein Geld. Arme Harper, so fühlt es sich an, lange Haare zu haben. Süße Träume, Harper. Aber es ist nicht so süß, wenn deine Haare dein ganzes Gesicht bedecken. Oh, aus meinem Gesicht. Sofort. Das sieht nicht nach einer erholsamen Nacht aus. Währenddessen schläft Chloe wie ein Engel. Hä? Was ist denn hier los? Ah! Was ist das? Ein Ungeheuer! Geh weg von mir! Hä? Es ist kein Monster, Chloe. Es ist Harper. Oh, Gott sei Dank. Du hast mich erschreckt. Hier, nimm das. Und tu mir das nie wieder an. Ich hatte fast einen Herzinfarkt. Aber sieh dich nur an, Chloe. Das ist so lustig. Was? Ich? Kurze Haare haben auch ihre Nachteile. Hey, lass es mich für dich bürsten. Nein, lass es einfach. Das bringt nichts. Gut, dass ich meinen Helm habe. Der wird alles in Ordnung bringen. Gute Nacht. Gute Nacht, Mädchen. Ruht euch etwas aus. Die Mädchen bereiten gemeinsam Mahlzeiten zu. Aber es sieht eher nach einem Konkurrenzkampf aus. Sieh dir nur Chloe und ihre Schneidkünste an. Kannst du es besser? Und Harper fällt es schwer, mit ihren Haaren umzugehen. Pass auf, Harper. Du schneidest dein eigenes Haar. Ah, oh nein. Mein schönes Haar. Was für ein Loser. Keine große Sache. Harper kann ihre Haare ganz einfach zusammenbinden. Aber Chloe kämpft damit, ihre Haare aus dem Gesicht zu halten. Aua, ich hab mir den Finger geschnitten. Haha, geschieht dir recht. Du bist so gemein. Du hängst hinten dran, Chloe. Chloe versucht auch, ihre Haare hochzubinden. Aber es klappt nicht. Es ist einfach zu kurz. Und du nennst mich ein Verlierer? Hahaha, sieh dich an. Lach nicht. Wow, was für eine Frisur, Chloe. Aber sie hat eine andere Idee. Sie wird sich an ihrer Freundin rächen, indem sie Pfeffer auf ihr Essen streut. Ach ja, alles klar. Ich werde es dir zeigen. Nein, mein Kapuzenpulli. Auf. Jetzt muss ich ihn ausziehen. Hä? Wasser. Das könnte tatsächlich funktionieren. Es hält meine Haare fest. Danke für deine Hilfe. Wie auch immer. Ich bin eh eine bessere Köchin als du. Nein, bist du nicht. Beruhigt euch, Mädels. Kochen die jeden Tag so? Wow, sieh dir nur dieses Bild an. Hey, Harper. Aua, meine Haare. Geh weg. Oh nein, Chloe's Kaugummi ist gerade in ihrem Gesicht geplatzt. Die Gitti geht erst überall. Schau mal, hier ist auch noch ein Stück in Harpers Haaren. Oh nein, es tut mir so leid. Mist, was hast du getan? Kaugummi und Haare gehen gar nicht. Komm mit mir, Chloe. Hä? Komm mit. Gut. Das wird unser Problem lösen. Ein Kühlschrank? Was macht Harper? Lege das Haar mit dem Kaugummi in den Kühlschrank und warte. Hä? Wie soll das denn helfen? Okay, Zeit ist herauszunehmen. Siehst du, der Kaugummi ist gefroren und jetzt kannst du ihn leicht abmachen. Wow, was für ein cleverer Hack. Das ist erstaunlich. Lass es mich auch versuchen. Oh nein, mit kurzen Haaren ist es etwas schwieriger. Nein, das klappt nicht. Beruhig dich, Chloe. Hier, lass mich helfen. Harper hat die Tür zu früh geschlossen. Upsi, naja, ich mach es lieber jetzt, solange sie noch bewusstlos ist. Wenn der Kühlschrank nicht hilft, gibt es nur noch eine Möglichkeit. Du musst das Kaugummi herausschneiden. Sieh mal, Chloe. Ich hab dein Kaugummi rausgenommen. Was? Was hast du getan? Sieht so aus, als hätte Harpers mit der Schere ein bisschen übertrieben. Dieser Saft ist so lecker, vertrau mir. Oh wow, das ist Logan. Hey, Chloe, sieh mal, wer da ist. Oh nein! Harper, was hast du getan? Jetzt bin ich ganz schmutzig. Igitt! Aber Chloe hat eine Idee. Hey, schau mal da drüben. Wo? Oh, süße Rache. Chloe mischt Mentos in Harpers Cola. Was für ein fieser Streich. Ah, oh nein. Sieh sie dir nur an. Arme Mädchen. Was machen diese Mädels? Nein, das ist das Schlimmste. Aber hey, ich werde es einfach mit meinen Haaren abdecken. Und wieder einmal sind lange Haare der Ritter in der Not. Hey, Logan. Oh hey, Harper. Du siehst gut aus. Oh nein, was soll ich tun? Es mit meinen Haaren bedecken? Nein, meine Haare sind zu kurz. Es wird nicht klappen. Schlechte Nachrichten für dich, Chloe. Sei das nächste Mal vorsichtiger mit deiner Kleidung. Harper macht sich für eine Party bereit. Mal sehen, was meine Freunde anhaben. Was? Oh nein. Sie haben alle so tolle Frisuren. Sie sehen so gut aus. Und meine ist so langweilig. Ich muss auch etwas tun. Ham. Vielleicht sieht es gut aus, wenn ich sie flechte. Und schon ist alles fertig. Jetzt bin ich bereit für die Party. Aber was soll ich mit meinen Haaren machen? So einfach kann ich nicht gehen. Lass uns noch ein paar Frisuren Inspiration suchen. Wow, so hübsch. Aber das ist alles für lange Haare. Lass uns noch etwas anderem suchen. Was denn? Schon wieder? Gibt es denn nichts für kurze Haare? Auf. Kopf hoch, Chloe. Vielleicht fällt dir ja noch eine süße Frisur ein. Lange Haare können oft ein Problem sein. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass man damit eine Menge Frisurenoptionen hat. Kurze Haare hingegen sind nicht so einfach zu frisieren. Werden die Mädels endlich die perfekte Frisur finden? Sieht so aus, als würde Harper bei einer lockeren Frisur bleiben. Sie sieht so gut aus. Warum sehe ich so aus? Das war's. Ich gehe nirgendwo hin. Kopf hoch, Chloe. Es ist noch nicht alles verloren. Hey. Ich weiß. Es gibt noch eine Sache, die wir versuchen können. Eine Perücke. Juhu. Ich sehe so hübsch und lustig aus. Zeit zur Party zu gehen. Ach, ein weiterer langweiliger Tag in der Klasse. Aber Harper hat einen Plan, um ihn interessanter zu machen. Sie hat Schokolade. Was? Was glaubst du, was du da tust, Fräulein? Im Unterricht wird nicht gegessen. Gib mir die Schokolade. Sofort. Aua. Ups. Tut mir leid. Dein Haar ist zu lang. Geht's dir gut? Oh, keine Sorge. Aber Harper wird nicht so schnell aufgeben. Du sagst, mein Haar ist zu lang? Warum benutzen wir sie dann nicht für etwas Nützliches? Gute Idee, Harper. Es sieht so aus, als ob Chloe es auch ausprobieren möchte. Aber bei kurzen Haaren funktioniert es nicht. Wie machst du das, Harper? Hä? Irgendetwas komisches passiert hier. Hm. Lass uns mal sehen. Oh nein. Chloes Haare sind zu kurz. Sie kann die Süßigkeit nicht so gut verstecken wie Harper. Erwischt. Ich habe gesagt, im Unterricht wird nicht gegessen. Ah, diese Mädchen. Die arme Chloe. Oh, M.G. Logan sitzt neben mir. Igitt, was ist mit deinem Gesicht passiert? Hä? Was ist denn los? Ich verstehe das nicht. Ah, ein Pickel. Oh nein. Und ich habe kein Puder mitgenommen. Ich will den Boden versinken. Das ist so peinlich. Aber warte mal. Vielleicht kann ich meine Haare benutzen. Was hat sich Harper einfallen lassen? Um diese Frisur zu machen, musst du zuerst dein Haar zu einem hohen Pferdeschwanz binden. Dann wickelst du es zu einem Dutt. Lass ein paar überschüssige Haare abstehen. Dann bindest du alles hoch. Mit den verbleibenden Haaren formst du einen Pony. Für den letzten Schliff brauchst du nur noch ein Haarband, damit es ordentlich aussieht. Das war's. Harper ist fertig. Lass uns diese neue Frisur ausprobieren. Hey, Logan. Hä? Oh wow. Harper bist du das. Du siehst so toll aus. Was? Wie hat sie das gemacht? Ich habe auch ein paar Pickel. Ich habe es. Ich muss meinen Pony selbst schneiden. Nein. Chloe, hör auf. Was? Nein, Dummerchen. Der ist nicht echt. Das ist ein Trick. Oh? Der Pony ist unecht? Oh, ich verstehe. Dann lass mich auch versuchen. Oh nein. Mit kurzen Haaren wird das wohl nicht so einfach. Aber es scheint, es hätte Chloe gerade eine Idee gehabt. Ein Haargummi? Wie soll das denn helfen? Wenn du einen falschen Pony machen willst, bindest du einfach das vordere Haar zu einem kleinen Pferdeschwanz. Und dann steckst du es einfach so durch das Haar. Fast fertig. Aber eine Sache noch. Ein Haarband, ein bisschen stylen und schon kann's losgehen. Hey, Logan. Magst du meine neue Frisur? Oh wow. Du siehst toll aus. Wow, Chloe. Das habt ihr beide toll gemacht, Mädels. Und ihr Schwarm ist beeindruckt. Hä? Wie spät ist es denn? Oh nein. Ich hab verschlafen. Chloe hat nicht viel Zeit, um sich fertig zu machen. Und ihre Haare sehen ziemlich schlecht aus. Ich muss duschen. Meine Haare sind zu schmutzig. Aber dafür hab ich keine Zeit. Oh, umgeh. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ach, egal. Vielleicht klappt es mit einem Pferdeschwanz? Kurze Haare sehen im Pferdeschwanz normalerweise nicht gut aus. Er sieht noch schlimmer aus. Eine Haarspange. Oh, bitte rette mich. Die ganzen Haare hinten ragen raus. Okay. Okay, keine Zeit für Panik. Ich will uns einfach mehr Haarspangen. Oh nein, sieh dir nur Chlorys Kopf an. Das sind viel zu viele Spangen. Nein, das ist eine Katastrophe. Die Schule hat schon angefangen. Naja, ich bin sowieso schon spät dran. Da kann eine Dusche nicht schaden. Ach, dann wollen wir mal. Guten Morgen, Welt. Wie seh ich aus? Oh je, meine Haare sehen furchtbar aus. Und schmutzig sind sie auch. Igitt, meine Hände. Ich muss sie unbedingt waschen. Aber warte, wie viel Uhr ist es denn? Oh mein Gott. Sieht aus, als hätte Harper ein bisschen verschlafen. Oh nein, nein, nein. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Nein, das sieht schlecht aus. Ein Hut? Ist der nicht irgendwie süß? Ach, nein. Vielleicht dieser hier? Oh nein. Die arme Harper versucht die beste Lösung zu finden. Aber es gibt immer einen Weg. Sieht so aus, als hätte sie gerade eine Idee. Es ist immer einfacher, ungewaschenes Haar zu stylen, wenn es lang genug ist. Man muss nur wissen, wie man es richtig macht. Und diese Frisur musst du dein Haar nur mit einer Bürste toupieren, damit es fluffiger aussieht. Und dann bindest du es zu einem Dutt. Das war's. Was sagt die Uhrzeit? Oh toll, es ist noch etwas Zeit übrig. Ich bin schlau. Chloe unterhält sich mit Harper über ihre Pläne für heute. Tom hat uns zu der Party eingeladen. Willst du mitkommen? Oh je, ich muss etwas mit diesen Haaren machen. Ich wasche besser unter der Dusche. Oh ja, natürlich. Lass uns gehen. Okay, ich mach mich fertig. Mal sehen. Soll ich einen Haartrockner benutzen? Nein, das ist nicht nötig. Ihr Haar ist bereits trocken und schön. Ich bin bereit. Oh, ich kann es kaum erwarten. Harper sieht aus, als wäre sie gerade aufgewacht. Ich bin bereit. Schon? Sie ist so schnell. Oh je, ich hab nicht so viel Zeit. Also komm schon, komm schon. Oh nein, die Haarbüste hat sich in meinen Haarsträhnen verfangen. Boah, das funktioniert nicht. Ich geh unter die Dusche. Warum braucht sie so lange? Harper trocknet ihr Haar schon seit Ewigkeiten. Oh, ich bin so müde. Hey Mädchen, das hat eine Ewigkeit gedauert. Wow, Chloe, sie ist gealtert, während sie darauf wartet, dass ihre Freundin ihr Haar trocknet. Lass mich dir mit deinen Haaren helfen. Eine Tüte? Wie kann sie mir beim Trocknen meiner Haare helfen? So viele Fragen. Ich bin zu alt für so etwas. Sitz einfach still und vertrau mir. Lass uns deine super langen Haare zu einem schönen Dutt machen. Oh, mein Rücken tut weh. Oh je, das dauert so lange. Okay, okay, genau so. Sehr schön. Jetzt kommt die Tüte auf den Kopf. Was machst du denn da? Ich will das nicht. Nimm das Ding weg von mir. Vertrau mir einfach, ja? Und rühr dich nicht vom Fleck. Was macht Chloe? Will sie ihr Haar trocknen? Jetzt stecken wir einen Föhn in das Loch. Und trocknen wir es. Wow, das ist sicher eine lustige Art, deine Haare zu trocknen. Aber sieh dir das mal an. Es hat geklappt. Jetzt sind Harpers Haare endlich trocken. Das ist die Weisheit des Alters. Jetzt bin ich bereit zu gehen und Spaß zu haben. Komm schon, Chloe. Oh, ich bin so müde. Ich bin so müde. Vielen Dank.